Oda hatte doch mal gesagt, gab es da nicht ein Interview mit Oda? Oda bestätigte, Oda enthüllte, Oda, Oda, Oda. Gerade wenn es um Diskussionen und Theorien in der One Piece Community geht, sind das gern genutzte Floskeln und meistens hat man damit ja auch ein Totschlag-Argument für seine Argumentation. Doch was hat Oda tatsächlich in den letzten 25 Jahren One Piece von sich gegeben? Was sind die wahren Aussagen aus diesen Interviews? Ich habe die alle zusammengesucht und für euch in diesem großen Compilation-Video zusammengesetzt, damit ihr diese beim Zocken, beim Einschlafen, beim Trainieren oder für die Nachforschung eurer eigenen Theorien nutzen könnt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Und wir beginnen im Jahre 1998. Ja, One Piece war auf einem Erfolgskurs, denn es war ein super Neueinsteiger in der Weekly Joan Jump. Lief knapp schon ein halbes Jahr und da gab es natürlich viele Anfragen für Ichiro Oda für Interviews. Aber er hat sich so ein bisschen rar gemacht in der Anfangszeit. Deswegen gab es dort nur ein Interview im Magazin Comicers. Und da gab es zwei Aussagen, die sehr interessant waren. Zum einen hatte Oda gesagt, dass jeder der Strohhüte zum Protagonisten werden kann. An der Stelle muss man natürlich darauf hinweisen, wir waren im Jahr 1998. Damals bestand die Strohhutbande nur aus fünf Mitgliedern, nämlich Ruffy, Zoro, Nami, Usopp und Sanji. Ob er jetzt damit schon damals auch die kommenden Mitglieder wie Chopper, Nico Robin, Frankie, Brook und Jinbei gemeint hat, zumal die ja von Anfang an alle geplant waren, das wissen wir natürlich nicht. Aber ich finde, es ist eine sehr interessante Sichtweise und somit können wir eigentlich davon ausgehen, dass jeder Charakter in der Strohhutbande für Ichiro Oda wichtig ist. Die zweite Aussage aus diesem Magazin in diesem Interview war, dass Oda viel lieber die Strohhutbande am Deck des Schiffes zeichnet, wo sie relaxen, wo sie Spaß haben, als dass er die Kämpfe zeichnet. Und das könnte vielleicht auch damit zu tun haben, dass es in One Piece vielleicht eher weniger um die Kämpfe geht, als halt mehr um das Leben auf hoher See als Pirat. Wir kommen in das Jahr 1999. Damals gab Oda ein Interview im Asahi Evening Newspaper. Damals hat er folgende Aussagen getätigt. Zum einen sagte er, grundsätzlich töte ich keine Charaktere, weil ich möchte, dass der Leser am Ende eines Arks zufrieden ist. Das sei mal so dahingestellt, denn die Leserschaft ist ja teilweise ein bisschen unzufrieden, dass One Piece selten sehr konsequent ist und Charaktere immer irgendwie irgendwo überlebt haben. Aber das ist die Grundeinstellung von Ichiro Oda. Und da ich ja fast alle SBS-Fanposts von Oda gelesen habe, kann ich euch dort auch bestätigen, dass es dort zwei oder dreimal angesprochen wird, dass Oda eben nicht so gerne Charaktere tötet und dass er allgemein ein Problem mit dem Tod hat. Die zweite Aussage darin war, dass Oda den Kampfstil von Ruffy, also die Gomu Gomu no Mi zu diesem Zeitpunkt, so gestaltet hat, dass Ruffy immer scherzen kann, obwohl er sich ernsthaft auf einen Kampf konzentriert. Das ist eine sehr interessante Aussage und auch etwas, was sehr stark an der neuen Form der Gomu Gomu no Mi, nämlich der Hito-Hito no Mi, mystisches Modell Nika kritisiert wurde, dass es vielleicht teilweise zu lächerlich, zu scherzhaft ist und weniger ernst. Aber Oda wollte das so gestalten, das war so sein großer Traum damals schon und das war immer die Grundidee der Gomu Gomu no Mi, der Kräfte von Ruffy und das sollten wir ihm auch einfach so gönnen. Und die letzte Aussage ist super interessant, nämlich für das Ende von One Piece. Oda hat nämlich gesagt, dass im letzten Arc die ganze Welt in One Piece in Aufruhr geraten wird. Und wer das aktuelle Geschehen von One Piece verfolgt, der weiß, dass wir gerade in diesem Moment eine Welt haben, die komplett auf den Kopf gestellt wurde. Aber ich denke, wir sind uns alle sicher, dass wir uns jetzt noch nicht im finalen Arc befinden. Vielleicht in der finalen Saga, aber noch nicht im finalen Arc. Im Jahr 2000 gab es keine interessanten Interviews von Oda, weshalb wir direkt in das Jahr 2001 gehen. Und damals gab es eine große Tragödie, der Anschlag in New York und Oda hat das auf die schärfste kritisiert. Er hat nämlich gesagt, es gibt erwachsene Menschen, die Menschen töten und dabei sagen, das ist heiliger Krieg oder das ist Gerechtigkeit. Und was Oda daran so schlimm findet, ist, dass Kinder das sehen. Und dann hat er noch gesagt, One Piece wird noch eine ganze Weile weitergehen und er und die Charaktere beten für den Weltfrieden. Dazu gab es auch einen ganz speziellen Color Spread zu Kapitel 201, der an das Gedenken der Opfer am 9. September 2001 erinnern soll. 2002 war dann schon viel ertragreicher, was Aussagen, Hinweise und Interviews von Ishiro Oda betreffen. Zum einen erschien damals das Databook One Piece Blue. Da gab es zwei interessante Hinweise zu Oda. Zum Beispiel, dass wenn es um reale Piraten geht, er sich am meisten für Blackbeard interessiert. Und zum anderen, wenn er es irgendwann geschafft hat, One Piece fertigzustellen, möchte er einen Roboter-Manga zeichnen. Das wird auch nochmal in einem späteren Interview aus dem Jahre 2008 aufgegriffen, dass er das eigentlich immer noch gerne machen würde. Aber ich denke, mittlerweile geht One Piece so lange, dass er sich das eher dann in One Piece selbst hineingezeichnet hat. Zum einen durch den Charakter Frankie und natürlich durch den aktuellen Vegapunk-Arc. Dann erschien das One Piece Animation Logbook und dort hat Oda gesagt, dass eine Gruppe von den Wellen der Zeit beeinflusst wird. Und immer wenn sich Menschen zusammentun, dann entsteht eine unaufhaltbare Macht. Und das wäre auch ein großes Thema in One Piece selbst. Dann gab Oda ein Interview für die Zeitschrift Manga Omo. Und dort hat er damals gesagt, dass es ihm egal ist, wenn die Leserschaft den Mittelteil einer Geschichte beklagt, weil er sich sicher ist, dass die Höhepunkte interessant werden. Und wenn wir das jetzt mal auf den vorherigen Arc, den Wano Kuni-Arc, übertragen, dann können wir dieses Muster auch noch heute erkennen. Denn der Mittelteil von Wano Kuni-Arc, der wurde ja doch scharf kritisiert. Aber ich denke, die meisten fanden die Höhepunkte in Wano Kuni-Arc dann doch spitze. Und eine weitere Aussage, die ich ziemlich lustig finde, ist, dass Oda damals im Jahr 2002 gesagt hat, in diesem Interview, dass wenn er alles niederschreiben würde, was er im Kopf hat, dann würde es sicher noch 20 Jahre dauern, bis One Piece fertiggestellt ist. Und wir befinden uns jetzt im Jahr 2022 und es ist genau 20 Jahre später und One Piece ist bis heute nicht beendet. Also hat sich scheinbar Oda damals doch entschieden, alles, was er im Kopf hat, niederzuschreiben. Dann gab es noch einen sehr interessanten Hinweis in der Zeitschrift Tensei Paso Komiyuku und dort wurde gesagt, dass Oda im Jahr 2001 und streckenweise auch noch im Jahr 2002 nur zwei Stunden am Tag geschlafen hat. Aber nicht zwei Stunden am Stück, sondern das war eine Aneinanderreihung von 15 Minuten Power-Naps. Inzwischen hat er das natürlich abgelegt. Es war auch bestimmt nicht gesund. Wir kommen in das Jahr 2003. Dort erschien der Color Walk Nummer 2 und dort hat Oda folgendes geschrieben, was ich jetzt direkt vorlesen werde. Sagt dir Kunst etwas? Befürwortet der Manga etwas? In dem Manga, die ich zeichne, stecke ich eigentlich keine Botschaften. Wenn ich eine Geschichte zeichne, ergeben sich die Themen ganz von selbst. Ich tue mein Bestes, um eine Antwort in dem zu finden, was ich mir ausgedacht habe. Aber es steht jedem Leser frei zu entscheiden, was er aus der Geschichte mitnimmt. Ich schicke also keine Botschaften, aber es ist ja nicht so, als dass ich gar nichts zu sagen hätte. Danach wurde es ein wenig still um Echiro Oda. Wir springen direkt in das Jahr 2006 und zwar in die Weekly Shonen Jump Ausgabe 36 und 37, wo eine nette, kleine, lustige Anekdote über Oda veröffentlicht wurde. Nämlich Echiro Oda hatte mal vergessen, wie eine Attacke von Ruffy heißt und er hat nicht in seinen eigenen Notizen nachgeschaut oder in seinem eigenen Manga. Nein, er ist auf eine One Piece Fan Seite gegangen und hat genau geschaut, wie die Attacke von Ruffy hieß. Ich finde, das ist eine ziemlich lustige Geschichte. Wir kommen in das Jahr 2007 und zwar in die US-Jonen Jump Ausgabe vom August. Damals wurde Oda von dieser Jonen Jump gefragt, wen hätte er gerne als Bruder oder als Schwester und ich gehe mal davon aus, hier wurden Charaktere aus der Strohhutbande gemeint. Er antwortet nämlich damit, Usopp, mit dem würde er gerne abhängen, das würde Spaß machen. Er glaubt, mit Usopp würde er sich wunderbar verstehen. In diesem Jahr gab Echiro Oda auch für das Erwachsenenmagazin Blayboy ein Interview und dort gab es sehr interessante Aussagen, zum Beispiel, dass wenn Oda vorhat, einen Arc innerhalb von 30 Kapiteln zu beenden, ja dann sind wir am Ende bei 90 Kapiteln. Oda hält sich halt nicht an seine eigenen Vorgaben, was wir immer wieder in One Piece sehen können, aber wir genießen es natürlich auch. Des Weiteren hat er gesagt, dass er es hasst, wenn Charaktere in einem Manga wiederbelebt werden, was natürlich auch ein teilweise Grund ist, warum er ungern Charaktere sterben lässt. Und er hat gesagt, dass Manga-Figuren immer reich an Emotionen sein sollten, denn er hat nämlich das Gefühl, dass viele Menschen heutzutage gar keinen Ausdruck mehr im Gesicht haben. Die nächste Aussage von Echiro Oda, die kennt wahrscheinlich jeder One Piece Fan und oft mit der Frage, wann es denn soweit sein wird, dass der Charakter auftaucht und welcher Charakter es sein könnte. Und im Grunde wurde in dem Interview der Zeitpunkt doch eigentlich schon genannt. Im Magazin One Para hat nämlich Oda gesagt, in den letzten Szenen von One Piece wird ein Pirat mit einer Augenklappe auftauchen. Also vielleicht sogar im letzten Kapitel und vielleicht kennen wir den Charakter alle schon, der dann vielleicht im finalen Krieg sein Auge verloren hat und seitdem eine Augenklappe trägt. Hey, vielleicht sogar einer aus der Strohhutbande. Dann gab es zum 10-jährigen Geburtstag von One Piece das Magazin One Piece Tent Treasure und natürlich hat Echiro Oda auch dort ein Interview gegeben mit folgenden Aussagen. Zum einen hat er gesagt, Usopp ist und bleibt immer das schwächste Mitglied der Strohhutbande. Das ist ihm sehr wichtig, denn er sagt nämlich hier gleichzeitig, dass die Leser sich mit Usopp identifizieren können, weil er eben kein starkes Crewmitglied in dieser ansonsten sehr starken Crew ist. Was ich sehr interessant finde, denn es gibt ja immer wieder Theorien und man sagt ja auch selbst, dass Usopp das Potenzial hat, eigentlich einer der stärksten Charaktere zu sein. Aber Oda sieht das halt etwas anders da und egal wie stark Usopp werden wird, eine Nami, ein Chopper und auch die anderen Crewmitglieder der Strohhutbande werden immer ein Ticken stärker sein als er. Danach hat Oda noch gesagt, dass er immer versucht, One Piece so dramatisch wie möglich zu machen, denn wenn er aus One Piece einen reinen Kampfmanga gemacht hätte, dann wäre dieser gegen Dragon Ball untergegangen. Dann hat Oda noch gesagt, dass er eigentlich geplant hatte, dass sich die Strohhutbande innerhalb eines Jahres nach Kapitel 303, zur Erinnerung, das letzte Kapitel aus dem Skypiea-Arc war 302, von der Going Mary, also der Flying Lamp, verabschieden werden. Insgesamt hat das Ganze dann drei Jahre gedauert und da sehen wir wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Oda kein Gefühl für Zeit hat. Wir beginnen dieses Video im Jahre 2008 und dort hat Oda folgende Aussagen getätigt. In diesem Jahr gab es nämlich ein Interview zwischen Eshiro Oda und dem Mangaka Usata Kiyosuke. Ich habe ihn bereits im ersten Teil erwähnt, weil hier nämlich die Sache, dass Oda, sofern er One Piece jemals beendet, einen Roboter-Manga zeichnen möchte und Usata ist dafür auch relativ bekannt gewesen. Er hat nämlich ebenfalls für die Weekly Jounen Jump geschrieben. Doch was wurde jetzt von Oda in diesem Interview gesagt? Zum einen hat er nämlich gesagt, Personen mittleren Alters sind ziemlich stark in One Piece und in der realen Welt gibt es viele coole Menschen im mittleren Alter, aber die sind leider nicht so stark und Oda würde sich wünschen, dass in Manga Menschen mittleren Alters immer stark sind. Das Weiteren hat Oda gesagt, er findet es unfair, wenn zwei gegen einen kämpfen. Naja, ich frage mich, was er heute dazu sagen würde. Im Kampf gegen Kaido haben immerhin 16 Personen gegen diese eine Person teilgenommen und teilweise waren die auch in der Überzahl. Und dann hat Oda ein bisschen über Hollywood-Filme oder allgemein Filme gesprochen. Er hat nämlich zum einen gesagt, dass er Western-Filme ziemlich liebt und er hat gesagt, dass Action-Filme heutzutage sehr von der Computergrafik abhängig sind. Das findet er nicht so gut. Des Weiteren würde er sich mehr wünschen, dass es mehr um menschliche Beziehungen gehen würde in Action-Filmen, als eben sich nur auf die Kämpfe zu konzentrieren. Und dann hat er nochmal so eine Frage in den Raum geworfen, was er nämlich nicht so ganz versteht. Er fragt sich nämlich, wie überhaupt ein Krieg ausbrechen kann, weil das ist ja eigentlich nicht so etwas, was man befürworten sollte. Damit sind wir auch schon im Jahr 2009 und da gab es recht viele Interviews mit Oda, zum Beispiel für das Magazin Man's Non-Know. Und dort hat Oda gesagt, am liebsten zeichnet er Party-Szenen und er würde nie etwas zeichnen, das diese Atmosphäre zerstören würde. Hier könnte man vielleicht sogar auf Ruffys Traum die ganze Sache unmünzen, denn viele glauben ja daran, dass es Ruffys großer Traum ist, eine Party mit der ganzen Welt zu feiern. Gut möglich, dass das ein Traum ist, zumindest würde diese Aussage von Oda dem zustimmen. Dann wurde er gefragt zur Popularität von One Piece. Es war auf einmal da, es ging wie ein Lauffeuer um die ganze Welt oder zumindest durch Japan und wurde gefragt, ob er das jemals gedacht hätte, dass One Piece so schnell so groß werden könnte. Und Oda hat gesagt, er wusste natürlich, dass es interessant sein würde, eine Piratengeschichte zu zeichnen. Aber dass alles so schnell geht, das hätte er sich niemals vorstellen können. Und er fand es gut, dass es sofort verbreitet und beliebt wurde. Aber es gibt viele Dinge in dieser Welt, die verschwinden so schnell wieder, dass man es gar nicht bemerkt. Und das macht Oda ein klein wenig Angst. Und dann gab es noch eine Information in diesem Magazin über Oda, dass er zum Beispiel nur einmal im Jahr in sein Haus zurückkehrt, um dort zu schlafen. Aber stattdessen kommen dann seine Töchter einmal die Woche und schlafen mit Ishiro Oda zusammen an seinem Arbeitsplatz. Danach gab Oda ein Interview für das japanische Switch Magazine, wo er zum einen sagte, dass die Hauptzielgruppe von One Piece 15-jährige Jungen sind. Des Weiteren hat er auch gesagt, dass wenn er sich von der Meinung seiner weiblichen Leser beeinflussen lassen würde, dass seine Identität als Shonen-Manga-Kart zerstören würde. Auch hat er gesagt, dass er zu diesem Zeitpunkt One Piece so schnell wie möglich beenden möchte. Und zur Erinnerung, wir befinden uns zum Zeitpunkt dieses Interviews im Jahre 2009. Mittlerweile sind wir fast im Jahre 2023 und One Piece ist noch lange nicht beendet. Dann erschien ein Databook zu dem Manga Liar Game mit dem Namen Liar Game Invitation. Auch Oda hatte dort einen Kommentar geschrieben und zwar, dass es ihm sehr schwerfällt, eine Geschichte zu schreiben, er allerdings das Zeichnen lieben würde. Und dann erschien auch noch ein Databook zu dem One Piece Kinofilm Strong World namens One Piece Pia und dort hat Oda folgende interessante Aussagen getätigt. Zum einen hat er gesagt, wenn er bei seiner Arbeit Abstriche machen würde, nur weil One Piece jetzt populär geworden ist, dann würde das alles ruinieren. Des Weiteren hat er zu dem Zeitpunkt behauptet, dass One Piece zu 50% fertiggestellt sei. Allerdings hat er in einem Interview drei Jahre später im Magazin Sound Recording dasselbe behauptet und da sind irgendwie drei Jahre verloren gegangen. Oder One Piece hat sich zu dem Zeitpunkt nicht sehr weit entwickelt. Jedenfalls gab es in One Piece Pia noch eine weitere Aussage, die ganz interessant ist. Und zwar, dass wenn er im Marineford Arc alles gezeichnet hätte, was ihm einfallen würde, dann würde jedes Kapitel 50 Seiten benötigen. Dann erschien ein Artbook des Mangaka Takehiko Inoue, der vor allem für Slam Dunk und Bagger Bond berühmt wurde. Und dort hat Oda folgende interessante Sachen über One Piece geschrieben. Zum einen, dass es ihm unglaublich viel Spaß macht, Falten in ein Gesicht zu zeichnen und dass sich das Ende von One Piece seit dem Anfang von One Piece nicht verändert hat. Das Problem, was Oda damit hat, ist einfach, dass er die ganzen Sachen, die nötig sind, die passieren sollen, bis zum Ende von One Piece noch nicht alle verarbeiten konnte. Des Weiteren hat Oda darauf hingewiesen, dass er nicht anders kann, als viel zu zeichnen. Aber das wöchentliche Format von One Piece ist auf 19 Seiten festgelegt. Aber aus der Perspektive des Autors möchte er natürlich die Geschichte schneller vorantreiben. Am Ende packt er so viel hinein, wie er kann und außerdem möchte er natürlich schneller fertig werden, damit er sich auch schneller entspannen kann. Dann hat Oda auch noch dort geschrieben, dass er Dinge, wie die Frage, wie muskulös ein Körper sein sollte, damit sie zu einer bestimmten Gesichtsstruktur passen, keine Beachtung schenkt am Ende. Und dabei muss er sogar noch lachen. Und die Momente, in denen er eine bestimmte Charaktersilhouette erschafft, die vorher noch nie jemand gesehen hat, die macht ihn am glücklichsten. Und sobald er diese Silhouette erschaffen hat, kann er es kaum erwarten und möchte sie so schnell wie möglich auch verwenden. Und aus diesem Grund kreiert Oda auch Episoden, beziehungsweise halt Kapitel. Das macht er immer wieder, damit die Geschichte länger und länger wird. Am Ende des Jahres gab Oda dann noch ein Interview für die US-Jone & Jump-Ausgabe Dezember. Da gab es eine spannende Frage, die euch mit Sicherheit sehr interessieren wird und vielleicht auch wichtig ist für viele Theorien. Er wurde nämlich folgendes gefragt. Wie sah eigentlich Ruffys Mutter aus? War sie schön? Was geschah mit ihr? Ist sie gestorben, als Ruffy noch ein Baby war? Und Oda hat folgendes sehr Interessantes dazu geschrieben. Er sagt nämlich, ich glaube, sie lebt noch. Ich denke immer noch intensiv darüber nach. Dabei muss er lachen. Aber wenn sie in der Geschichte auftaucht, dann wird sie eine sehr hart aussehende Frau sein. Und sehr streng sein. Auf keinen Fall ist sie eine schöne Mutter. Sie hat diese typische Dauerwellen-Haarfrisur einer Frau mittleren Alters. Apropos Familie, ich habe in der Hintergrundgeschichte von Nico Robin und ihrer Familie das erste Mal eine Blutsverwandte gezeichnet, nämlich die Mutter von Nico Robin. Und das ist das erste Mal, dass er das getan hat. In Joppers Fall wird er zwar als Sohn von Doc Bader bezeichnet, obwohl sie nicht Blutsverwandt sind. Und damit wollt ihr einfach nur die Nachricht einfügen, die besagt, dass man jemanden, der nicht Blutsverwandt ist, auch als Familie bezeichnen kann. An dieser Stelle möchte ich euch aber darauf hinweisen, dass in einem Interview mit Mayumi Tanaka, der Synchronsprecherin von Ruffy, eine Aussage getätigt wurde, wo sie Eichiro Oda gefragt hat, was dann mit Ruffys Mutter sei und wann die dann endlich auftauchen würde. Oda gesagt haben soll, dass jedes Abenteuer eines Jungen damit beginnt, die schützenden Hände der Mutter zu verlassen und deswegen die Mutter für die Story keine Rolle mehr spielt. Was ihr daraus macht, ist natürlich euch überlassen. Ich finde trotzdem beide Aussagen sehr interessant und beide Aussagen geben gewissen Theorien natürlich die ein oder andere Hoffnung. Wir kommen in das Jahr 2010. Dort erschien ein Magazin namens One Piece Grand Countdown 2. Dort hat Oda folgende Aussagen getätigt, die ich auch sehr interessant finde. Und zwar hatte Oda nie die Absicht gehabt, dass Shanks einen Arm verliert. Aber ein Redakteur hat ihn darauf hingewiesen, dass die Geschichte dann nicht sehr interessant sei und deswegen hat Oda beschlossen, ihn dem Arm abzuschneiden. Da heute sich viele noch darüber beschweren, dass das ja gar keinen Sinn macht, dass Shanks damals schon viel zu stark war, selbst für diesen kleinen Seekönig, und er niemals den Arm hätte verlieren sollen, hätte es vielleicht besser enden sollen, dass Shanks den Arm dort nicht verliert und vielleicht eine Narbe davon getragen hätte. Aber da könnt ihr auch euch selbst entscheiden, ob ihr jetzt Shanks mit einem Arm besser findet oder Shanks, der heute noch zwei Arme hätte. Des Weiteren wurde gesagt, und das ist ja auch so eine sehr bekannte Nachricht von Oda, dass im Sabaody Archipel Oda gar nicht vorhatte, die Supernova der schlimmsten Generation einzufügen, aber nur drei Stunden vorher hat ihn ein Redakteur dazu geraten, die Geschichte spannender zu gestalten. Und Oda hat die Geschichte mal schnell umgeschrieben und auf einmal sind die elf Supernova aufgetaucht, beziehungsweise die neuen Supernova, weil Ruffy und Zoro ja schon bereits existiert haben. Dann erschien der Color Walk Nummer 5 und dort hat Oda folgendes über Ruffy geschrieben. Er sagt nämlich, dass Ruffy mehr Wert auf Taten legt als auf Worte. Ich finde gerade im Alabaster Arc die Szene mit Vivi oder auch im Zoo Arc die Szene mit Momonosuke kann man das sehr gut sehen. Dann erschien ein Magazin namens Manga Nu no Kitai Gata und dort hat Oda geschrieben, ich denke daran, dass ich in einem Kapitel dreimal so viel erfüllende Episoden unterbringen möchte, wie bei jedem anderen normalen Manga. Und das ist tatsächlich etwas, was mir bei den ganzen Reviews immer wieder mal aufgefallen ist, dass die meisten Kapitel immer in quasi so drei Episoden unterteilt sind, drei verschiedene Szenen gezeigt werden, auf die sich konzentriert werden. Und das ist natürlich nicht in jedem Kapitel so der Fall, aber bei den überwiegenden Kapiteln, ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr den Manga lest. Am Ende des Jahres 2010 fand dann auch noch die Jump Festa 2011 statt und dort hat Oda etwas über den One Piece Anime gesagt. Er wurde nämlich wütend, als er gesehen hat, wie Ace im Anime getötet wurde und er hat sich gefragt, warum man Ace auf diese brutale Weise hat töten müssen. Und das wurde auch nochmal später in einem Databook Eternal Log aufgegriffen aus dem Jahre 2012. Kommen wir jetzt in das Jahr 2011. In diesem Jahr gab es keine Interviews von Echiro Oda in Zeitschriften oder Magazinen, vielmehr war er in Live-Formaten und TV-Formaten dabei, beispielsweise im Nico Nico Live Broadcast. Dort hat er nämlich gesagt, man soll nicht schlecht über Zorro sprechen. Dann gab es einen Bericht über ihn in der TV-Show Real Scope und dort wurde enthüllt, dass Echiro Oda sein Storyboard für das kommende Kapitel in der Regel 17 bis 19 Tage vor dem offiziellen Release fertigstellt. Das kann sich natürlich in den letzten Jahren wieder geändert haben, aber im Jahre 2011 war dies der Fall. Und dann gab es noch einen kurzen Bericht über Echiro Oda in der TV-Show Bakana Hurishite Kita Mita und dort wurde noch einmal verkündet, dass Oda im Jahre 2011 mehr als 25 Millionen US-Dollar verdient hat. Somit kommen wir in das Jahr 2012. Da gab es jede Menge Interviews von Oda und jede Menge Aussagen und Informationen. Beispielsweise erschien in diesem Jahr das One Piece Newspaper. Da gab es drei Ausgaben. Zum Beispiel in der zweiten Aussage wurde enthüllt, dass Echiro Oda im Jahr 2012 normalerweise um 2 Uhr nachts ins Bett gehen würde und direkt schon wieder 5 Uhr morgens aufstehen würde. In der dritten Ausgabe des One Piece Newspaper wurde dann enthüllt, dass alle Editoren von Echiro Oda wissen, wie One Piece enden wird. Hier auch noch einmal der Disclaimer. Die Aussage stammt aus dem Jahre 2012. Also die neueren Editoren, die danach kamen, müssen nicht zwingend auch wissen, wie One Piece endet. Also es richtet sich höchstwahrscheinlich an die Editoren, die bis zu diesem Zeitpunkt mit Echiro Oda zusammengearbeitet haben. In der vierten Ausgabe des One Piece Newspaper hat Oda dann gesagt, dass One Piece zu diesem Zeitpunkt zu 60% fertiggestellt sein soll. Und er wird jetzt seinen Wunsch zügeln, viele Dinge schreiben zu wollen. Denn wenn er alles schreiben würde, was er in One Piece schreiben möchte, dann würde One Piece nie zu Ende gehen. Ich persönlich hätte da nichts dagegen. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass es irgendwann zu Ende gehen muss. Aber hier sind wir wieder bei dem Thema Oda und Zeitangaben. Und am Ende entscheidet er sich im nächsten Jahr wieder um und schreibt dann doch alles, was er schreiben will. Und ich finde, er hat das verdient. Das ist sein Lebenswerk. Er sollte alles in One Piece hineinschreiben, was er möchte. Dann gab es ein Interview in dem Magazin Sound Recording und dort hat Oda interessante Aussagen getätigt. Zum einen nochmal auf die vorherige Aussage aus dem One Piece Newspaper Ausgabe Nummer 4. Hier schreibt er nämlich, dass One Piece zu 50% fertig ist. Und er schreibt, dass er One Piece eigentlich innerhalb von 5 Jahren beenden wollte. Und er hat das so eingeteilt, dass jedes Mannschaftsmitglied quasi so ein bis anderthalb Jahre bekommt, wenn es beitritt. Das große Abenteuer sollte drei Jahre gehen und der letzte Arc, der sollte insgesamt ein Jahr gehen. Und da wir uns ja mittlerweile in diesem Bereich befinden, können wir das natürlich auch jetzt eher mal so ein bisschen zeitlich einordnen. Wobei ich auch nicht glaube, dass der letzte Arc innerhalb eines Jahres beendet werden kann. Dann gab es da noch die Aussage, dass Oda vorhatte, Ace innerhalb eines Jahres nach seinem ersten Auftritt im Jahr 2000 zu töten. Und noch eine viel interessantere Aussage, nämlich, dass wenn man einen Protagonisten für einen Manga erschafft, es wichtig ist, diesen nicht zu stark zu machen. Denn wenn beispielsweise Akainu der Protagonist in One Piece wäre, dann wäre die ganze Geschichte innerhalb eines Jahres beendet. Dann gab es eine kurze Aussage im japanischen T-Magazin und dort hat Oda gesagt, dass er Angst hatte vor einem One Piece Boom. Was man daraus ziehen kann, da One Piece ja ab einem gewissen Zeitpunkt sowieso geboomt hat und dass er jetzt im Grunde immer noch Angst davor hatte, das weiß man nicht. Aber wenn es nach Oda gegangen wäre, dann wäre One Piece niemals so krass explodiert, wie es explodiert ist. Dann gab es ein längeres Interview mit Eshiro Oda in der US-Jonen Jump-Ausgabe Alpha im März und dort gibt es jetzt einige Fragen an Eshiro Oda, die ich euch gerne vorlesen möchte. Zum einen wurde er gefragt, in der Welt von One Piece gibt es viele verschiedene Arten von Piraten mit einzigartigen Stilen. Wie und wann ist Eshiro Oda auf die Idee gekommen, einen Manga über Piraten zu schreiben? Und Oda hat gesagt, seit er klein war, mochte er Piraten. Als Kind mochte er eine Anime-Serie namens Vicky und die starken Männer. Darum ging es um einen kleinen Jungen, der Wikinger bewundert und davon träumt, einer von ihnen zu werden, sobald er groß ist. Als er für One Piece Nachforschung über Piraten anstellte, stellte er fest, dass Wikinger eine Art Piraten sind. Und das findet er toll, Freunde in einem Team zu haben, genau wie in der Vicky-Serie. Das ist vielleicht nicht der beste Vergleich, aber ich habe das Gefühl, dass sich der Geist dieser Serie in seiner Arbeit fortsetzt. Als nächstes wurde Eshiro Oda gefragt, wenn er sich einer beliebigen Piraten-Crew in One Piece anschließen könnte, außer der Strohhutbande, welcher würde er beitreten und warum? Und Oda hat gesagt, hm, außer der Strohhutbande, da glaubt er, es wäre toll, in Baggies Mannschaft zu sein. Die scheinen nämlich immer sorglos zu sein und es würde viel Spaß machen, weil sogar die Untergebenen sich über den Kapitän lustig machen können. Wenn Eshiro Oda in One Piece allerdings wirklich stark wäre, dann würde er zu den Blackbeard-Piraten gehören. Als nächstes kam die Frage, ihr Manga ist nicht nur für seine unglaubliche Action berühmt, sondern auch für seine herzergreifenden Momente. In Klammern, wir haben im Büro sicherlich schon einige männliche Tränen geweint. Was ist ihr Geheimnis, wie sie so starke emotionale Reaktionen bei den Menschen hervorrufen? Und Ichiro Oda hat geantwortet, die Sache ist die, dass ich mich schnell langweile. Wenn es in einem Manga nur um Action, Comedy oder drehenreiche Momente ginge, würde er sich sehr schnell langweilen als andere. Also endet er den Stil der Serie, um die Motivation beim Zeichnen aufrecht zu erhalten. Das eigentliche Geheimnis, Er denkt an die Handlungen und Szenen, wenn er müde ist. Die einzige Möglichkeit, eine neue Idee zu finden, ist, viel darüber nachzudenken, ohne zu schlafen oder zu essen. Das ist der einzige Weg, den er kennt, denn der Mensch kann nur dann wirklich neue Ideen entwickeln, wenn er an seine Grenzen stößt. Wenn ich also mit meinem Manuskript fertig bin, bin ich jedes Mal völlig erschöpft. Die nächste Frage. Es ist kein Geheimnis, dass sich ihr Manga wie ein Renner verkauft und in Japan sogar Rekorde aufgestellt hat. Dennoch hat sich ihr Manga nicht weit von seinen Wurzeln entfernt und es ist immer noch so rein und ehrlich wie am Anfang. Was ist ihr Geheimnis im Umgang mit diesem Erfolg? Ichiro-Oda hat geantwortet, bis heute habe ich nie wirklich Druck verspürt, erfolgreich zu werden. Ich versuche immer, mich darauf zu konzentrieren, Manga für ein einziges Publikum zu machen, denn in den meisten Fällen liest man Manga für sich selbst. Wenn ich also einen Manga zeichne, habe ich nur einen Leser im Kopf, mich selbst als 15-Jährigen. Ich habe keine Ahnung, wie sich andere Leute fühlen würden, also greife ich auf mein 15-jähriges Ich zurück, um zu beurteilen, was toll ist und was nicht. Ich versuche immer, mir selbst treu zu bleiben und irgendwie kommt das auch bei den Kindern an, die meine Mangas lesen. Dazu sagte Oda weiter, ich habe nur das Ende von One Piece im Kopf und sonst nichts. Da er aber den Endpunkt kenne, webe er die Geschichte und baue Arcs auf, die darauf aufbauen. Dann gab es eine Frage, One Piece hat wunderschöne Color Spreads. Wie gehen sie bei der Herstellung vor und wie lange dauert es? Oda hat geantwortet, ich habe schon viele farbige Illustrationen gezeichnet. In letzter Zeit brauche ich mehr Zeit, um darüber nachzudenken, was ich zeichnen möchte, also um es tatsächlich zu zeichnen. Aber wenn es eine unvollständige Idee ist, würde ich mich beim Zeichnen langweilen. Bis ich also etwas finde, das ich wirklich zeichnen möchte, denke ich einfach nach, manchmal den ganzen Tag. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt schwieriger ist, sich zu entscheiden, was ich zeichnen soll, als zu Beginn der Serie One Piece. Darüber hinaus hat Oda gesagt, er höre viel Musik, wenn er einen Manga schreibt. Ich mag jedes Musikgenre, egal ob japanisch oder ausländisch. Ich erstelle eine Playlist, die den Soundtrack zu einem neuen Arc darstellt. Ich höre sie mir bei der Arbeit immer wieder an. Dann wurde Oda gefragt, Digitale Manga wie Weekly Shonen Jump Alpha sind in Amerika auf dem Vormarsch. Was denken Sie über digitale Manga? Oda hat gesagt, ich denke, dass digitale Manga eine gute Sache sind, solange sie nicht die Art und Weise beeinträchtigen, wie sie von den Lesern genossen werden sollen. Denn den Fluss des Panels und die Verwendung von übereinanderliegenden Bildern in One Piece ist einzigartig im Vergleich zu traditionellen Manga. Ansonsten habe ich mir immer vorgestellt, dass das Lesen von digitalen Mangas ähnlich ist wie das Lesen von gedruckten Büchern und weder besser noch schlechter ist. Und die letzte Frage aus diesem Interview war, haben Sie noch einen letzten Kommentar für die amerikanischen Fans, die die Serie über Shonen Jump Alpha genießen? Oda hat gesagt, wenn Sie One Piece lesen, werden Sie vielleicht auf seltsame Szenen stoßen, die nur japanische Leser verstehen können. Aber bitte haben Sie Geduld mit mir, denn ich versuche eine Welt zu erschaffen, die von Menschen überall genossen werden kann. Und dann erschien in diesem Jahr auch noch das One Piece Eternal Log. Dort wurde Oda gefragt, viele freuen sich darauf, wie es in One Piece wohl weitergeht. Können Sie uns eine Nachricht für Sie geben? Und ich, ihre Oda, hat gesagt, eine Sache, die mich motiviert, One Piece weiter zu zeichnen, ist, dass ich das letzte Kapitel zeichnen möchte. Das letzte Kapitel ist fantastisch. Ich stelle mir ein letztes Kapitel vor, das den kompletten Marineford-Arc wie nichts aussehen lässt. Und darauf wurde nachgefragt, ernsthaft? Oda hat gesagt, der Marineford-Arc hat sich für mich wirklich wie ein Abstecher angefühlt. Ich hatte nicht erwartet, dass er so beliebt sein würde. Ich weiß also nicht, wie die Leser diesen Teil aufnehmen werden. Aber ich denke, dass das letzte Kapitel interessant sein wird. Bis dahin wünsche ich mir, dass so viele Fans wie möglich bei mir bleiben. Im Jahre 2013 gab es dann nochmal einen Bericht über Ishiro Oda in der japanischen TV-Show Job Tune. Dort wurde enthüllt, Oda lädt manchmal seine Freunde zu sich nach Hause ein und veranstaltet eine Party. Und in Ishiro Odas Haus gibt es einen Fluss, ein lebensgroßes Giraffen-Modell und einen kleinen Zug. Und schließlich fand dort auch noch die Jump Festa 2014 statt. Und dort wurde einiges über Ishiro Oda enthüllt. Zum Beispiel, dass Oda sehr oft weint, wenn er One Piece zeichnet und schreibt. Die herzzerreißendste Szene für ihn ist diese, wenn Vivi das Volk darum bittet, den Krieg zu beenden. Und dann wurde gesagt, dass Oda nie die Absicht hatte, dass die Strohhüte Abschied von der Going Merry, also der Flying Lamp, nehmen. Aber er entschied sich dafür, da die gegnerischen Schiffe der Strohhutbande immer stärker wurden. Und dann wurde auch noch gesagt, dass Oda sich diese eine Seite ausgedacht hat, erst kurz bevor das Kapitel veröffentlicht wurde. Und das ist der Abschied von Vivi, wo sie alle ihre Arme nach oben strecken und dort das X als Zeichen für Nakama präsentieren. Wir sind inzwischen im Jahre 2014 angekommen. Damals gab Oda ein Interview für das Ghibli Magazin im Juli und dort hat er folgende Aussage getätigt. Die Leute sind ziemlich nörgelig geworden, wenn es um Manga geht. Sie gehen die verschiedenen Ungereimtheiten und Widersprüche mit einem feinzahnigen Kamm durch. Er sagte, dass die Shonen Jump in der Vergangenheit fast ausschließlich von Kindern gelesen wurde, aber jetzt lesen auch Erwachsene die Jump, was einer der Gründe für diese neue Nörgelei sein könnte. Um diese älteren Leser zufriedenzustellen, müssen die Mangaka jetzt darauf achten, dass alles korrekt ist und nicht inkonsistent wird. Wenn er eine Geschichte schreibt, muss er sicherstellen, dass alles zusammenhängt oder alle Ereignisse richtig angedeutet wurden. Solche Regeln gibt es eigentlich gar nicht. Er sagte, dass er als Herausforderung eine Geschichte geschaffen hat, in der alles stimmig ist. Aber normalerweise kann man Geschichten freier finden, ohne all dies zu tun. Ich finde diese Aussage sehr interessant, denn hier könnte man vielleicht einen Verweis auf die ersten Designs von Big Mom und Kaido werfen, die damals halt eben noch nicht so ausgereift waren. Und oft kommt die Frage hinein, warum Kaido jetzt ganz anders aussieht, wie damals in der Silhouette. Und ja, damals war Oda halt einfach noch nicht so korrekt und Konsistenz, wie er halt eben heute ist, weil das damals einfach auch eine ganz andere Zeit war und die Kinder sich darüber gar nicht unterhalten oder diskutiert darüber hätten, warum Kaido jetzt anders aussieht. Mittlerweile hält sich Oda allerdings an diese Regeln, wie er es hier selbst genannt hat. Und deswegen bekommen wir da nicht mehr so viele Ungereimtheiten. Dann erschien der Colorwalk Nummer 6. Dort hat Oda ebenfalls ein bisschen Frust abgelassen. Er hat nämlich gesagt, es ärgert ihn, wenn Leute schlecht über One-Piece-Charaktere sprechen. Wenn sie zum Beispiel sagen, dieser Charakter oder dieser Bösewicht ist schwach. Und dann überlegt sich Oda immer, ich muss diesen Charakter viel stärker machen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir uns im Dressrosa-Arc aufgehalten, aber ich kann mir vorstellen, dass hier eher die Bösewichten aus den vorherigen Arcs gemeint sind. In diesem Fall Caesar Crown und Woody Jones. Dann gab es ein gemeinsames Interview mit Momoko Sakura. Sie ist die Mangaka gewesen von Chibi Maruko-chan. Inzwischen ist sie leider schon verstorben, aber Oda war ein großer Fan von ihr und dieser Serie. Und sie hat Oda ein klein wenig ausgefragt, und zwar nach dem Ende von One-Piece und nach dem One-Piece. Und Oda hat folgendes gesagt. Ja, ich habe bereits entschieden, wie es enden wird. Soll ich es Ihnen verraten? Und Sakura hat nachgefragt. Nun, ich würde es gerne wissen, aber ich sollte es wahrscheinlich nicht. Aber das One-Piece, das ist nicht so etwas wie, ja, die Reise an sich, das dein Herz durchgemacht hat, oder sonst irgendetwas, oder die Freunde, die man gefunden hat. Und Oda hat geantwortet, er hat eigentlich eher gelacht, und hat gesagt, nein, ich werde nicht so eine Art Zauberer von Osache abziehen. Nachdem sie ein solches Abenteuer erlebt haben, wäre es nicht fair, ihnen keine Belohnung zukommen zu lassen. Das ist im Grunde eigentlich eine sehr, sehr wichtige Aussage, weil wir halt eben wissen, dass das One-Piece irgendetwas ist, was man anfassen kann. Ich frage mich natürlich persönlich selbst, ob Momoko Sakura es doch noch vor ihrem Tod erfahren hat, was das One-Piece ist, weil sie ja leider das Ende der Serie nicht mehr erleben wird. Jeder One-Piece-Fan hat sich schon einmal gefragt, kommen eigentlich noch neue Nakama in die Crew der Strohhutbande? Und folgende Aussagen von Oda im China Times Newspaper könnte sehr interessant sein. Er hat nämlich gesagt, Er denkt, dass er auch im nächsten Jahrzehnt, also im Jahre 2020 und weiter, auch noch One-Piece weiterzeichnen wird. Und nach und nach werden weitere neue Nakama dazukommen. Okay, wir können das Ganze hier mal an der Stelle ein bisschen aufschlüsseln. Dazu gekommen ist streng genommen nur Jinbei. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass auch andere Mitglieder in die Strohhutbande aufgenommen wurden, aber nicht auf der 1000 Sunny mitreisen, wie beispielsweise Otama, der versprochen wurde, sobald sie eine bezauberte Kinoshi geworden ist, sobald sie alt genug ist, darf sie sofort mitreisen. Yamato ebenfalls, sie hat sich ja dafür entschieden, in Wano Kuni zurückzubleiben. Und dasselbe Angebot ging natürlich auch an Momonosuke und Kinemon. Ob Oda diese Charaktere gemeint hat, oder wir tatsächlich noch in den kommenden Arks den ein oder anderen Nakama fest auf der 1000 Sunny mitbekommen, ja, da lassen wir uns doch einmal überraschen. Aber die Chancen stehen mehr als gut. Und eine weitere Information aus dem China Times Newspaper über Eichiro Oda haben wir bekommen, nämlich über seinen damaligen Schlafrhythmus. Er ist nämlich morgens um 8 Uhr ins Bett gegangen und um 12 Uhr mittags bereits wieder aufgestanden. Sprich, er hat nur 4 Stunden am Tag geschlafen. Dann gab es eine One Piece Expo in Taiwan und dort gab es eine Aussage vom Editor Onishi und der hat damals gesagt, One Piece ist zu 60 bis 70 Prozent fertig und wird wahrscheinlich in 10 Jahren abgeschlossen. Wir hatten damals das Jahr 2014. Bedeutet also, dass One Piece im Jahre 2024 zu Ende gehen könnte? Halte ich für unrealistisch, aber viel länger könnte es halt eben auch nicht mehr gehen, sofern wir diesen Aussagen glauben dürfen. Am Ende des Jahres gab es dann die Jump Festa 2015. Dort wurde bekannt gegeben, dass es mindestens 15 Notizbücher mit Odas Ideen gibt zum Tressrosa-Arc. Des Weiteren wurde auch bekannt gegeben, dass Oda einen Zettel aufgehängt hat an seinem Arbeitsplatz, wo drauf steht, Erfrischung ist nur eine Ausrede für Faulheit. Damit kommen wir in das Jahr 2015. Damals erschien das Jump Style Magazin Manga-Kurs inklusive einer DVD. Dort haben wir einige Informationen zu Ishiro Oda bekommen. Er hat nämlich dort gesagt, Ich habe meine Zeichenfähigkeiten geübt, indem ich mir Disney-Zeichentrickfilme wie Peter Pan angesehen habe. Oda fand, Das Disney-Kunststil damals, als sie noch handgemachte Animationen produzierten, fantastisch gewesen ist. Er sagte, Ich sah mir Ariel, die kleine Mägu-Frau, Bild für Bild an und er zeichnete alle Figuren und Gesichtsausdrücke nach, die ihn beeindruckten. Dann erfahren wir, dass Oda ursprünglich gar nicht geplant hatte, die Vergangenheit von Senior Pink zu zeichnen. Allerdings hat er sich dann mit einem Redakteur getroffen und der war so gerührt von der Hintergrundgeschichte von Senior Pink, dass sich Oda dann doch entschieden hat, diese zu zeichnen und die kam ja beim Publikum auch sehr gut an. Dann erfahren wir noch, dass bevor Oda mit One Piece angefangen hat, ihm ein Redakteur namens Kushima gesagt hat, dass keiner seiner weiblichen Figuren süß sei. Und Oda war tatsächlich so schockiert, dass er am Abend kein Auge mehr zubekommen hat. Und dann erfahren wir noch, dass Oda ganz selten Urlaub macht, aber er trifft sich immer mit Freunden und seinen Manga-Lehrern, wenn die Weekly Jounen Jump Doppelausgaben macht. Das heißt also, immer wenn wir eine Weekly Jounen Jump Shueisha-Pause haben, trifft sich Oda halt eben mit Freunden und Manga-Lehrern. Das nutzt er halt als Freizeit. In diesem Jahr fand natürlich auch die Jump Festa 2016 statt und Oda kam damals noch persönlich und gab ein Interview mit der Jounen Jump. Und er wurde gefragt, ich werde es euch auch einblenden, aber natürlich auch für euch übersetzen, was ist die Jounen Jump für dich? In eins, zwei Worten. Und er hat gesagt, es ist halt ein Weg, sich die Zeit zu vertreiben und es sollte nicht mehr als das sein, aber halt eben auch nicht weniger als das. Es ist halt eine kurzzeitige Unterbrechung des Vergnügens, das du jeden Tag in deinem Leben erlebst. Dann wurde er nachgefragt, aber was ist denn mit Manga? Und er sagt, ja, das ist im Grunde dieselbe Antwort für Manga, ein Weg, sich die Zeit zu vertreiben. Und die Jounen Jump ist da gar keine Ausnahme. Er selbst will aber der König sein, ihm sich die Zeit zu vertreiben. Und dann wurde er gefragt, ob es etwas Spezielles gibt, auf das er sich letztens gefreut hat. Und er sagt, er habe japanischen Sake für sich entdeckt und hat jetzt erst überhaupt festgestellt, wie lecker Sake überhaupt ist. Dann wurde er gefragt, ob er da einen favorisierten Sake hat. Und er sagt, Hitakami Sake ist richtig gut. Und zum Schluss wurde er noch gefragt, ob er sich auf etwas Spezielles im Jahr 2016 freuen würde. Und er sagt, hm, schauen wir mal auf, was freue ich mich dann? Und er sagt, ja gut, da kommt natürlich der neue One-Piece-Film, aber mehr ist in diesem Jahr auch nicht, worauf er sich speziell freut. Beginnen wir im Jahre 2014. In diesem Jahr gab Oda ein Interview für das Ghibli-Magazin und hat eine sehr interessante Aussage über Manga getroffen, die wir im Grunde auch auf One-Piece anwenden können, wenn es um Kontinuität geht oder vielleicht einige Designs, die damals noch nicht so ganz ausgereift waren. Ein gutes Beispiel sind dort die Silhouetten von Kaido, oder halt eben auch die verschiedenen Anordnungen der Szene von Blackbeard. Ganz genau sagte Oda in diesem Magazin, die Leute sind ziemlich nörgelig geworden, wenn es um Manga geht. Sie gehen verschiedene Ungereimtheiten oder Widersprüche mit einem feinzernigen Kamm durch. Er sagte, dass die Jonen Jump in der Vergangenheit fast ausschließlich von Kindern gelesen wurde, aber jetzt lesen auch Erwachsene die Jump, was einer der Gründe für diese neue Nörgelei sein könnte. Um diese älteren Leser zufriedenzustellen, müssen die Mangaka jetzt darauf achten, dass alles korrekt ist und nicht inkonsistent wird. Wenn er eine Geschichte schreibt, muss er sicherstellen, dass alles zusammenhängt oder alle Ereignisse richtig angedeutet wurden. Solche Regeln, hier in Anführungszeichen, gibt es nicht. Er sagt, dass er als Herausforderung eine Geschichte geschaffen hat, in der alles stimmig ist, aber normalerweise kann man Geschichten frei erfinden, ohne all dies tun zu müssen. Was Oda damit ausdrücken möchte, ist, dass man nicht alles auf die Goldwaage legen soll, wenn man etwas nicht hundertprozentig übereinstimmt und man es einfach hinnehmen soll. Denn die Aussage sagt ja, One Piece ist in erster Linie für Kinder geschrieben und nicht für Analytiker, die auch wirklich jedes kleinste Detail auseinandernehmen, um dort irgendwie die Unke der Wahrheit zu finden. Dann gab es keine Aussage auf der Jump Fester 2015, sondern nur Informationen über Echiro oder beispielsweise, dass auf seinem Schreibtisch ein Zettel hing, wo steht, wenn man sich erfrischt, ist das eine Ausrede für Faulheit und dass er insgesamt 15 Bücher vollgeschrieben hat mit Ideen für den Tressrosa-Arc. Im Colorwalk 6 enthüllte Oda, was ihn am meisten ärgert, wenn Leute über One Piece sprechen, und zwar, wenn sie schlecht über die One Piece Charaktere sprechen. Er nannte auch ein Beispiel, wenn Leute sagen, dieser Bösewicht ist schwach, dann denkt sich Oda immer, ich muss diesen Charakter noch viel stärker machen. Jetzt wird es sehr interessant. In einem gemeinsamen Interview mit Momoko Sakura, der Mangaka von Chibi Maroko-chan, Oda ist ein großer Bewunderer und Fan ihrer Arbeit, bestätigte Echiro Oda, dass er sich bereits entschieden hat, wie das Ende von One Piece aussieht und natürlich, was One Piece ist. Er bot ihr sogar an, wegen seiner Bewunderung, es Momoko Sakura zu verraten. Sie antwortete darauf, dass sie es schon sehr gerne wissen möchte, aber sie sollte es nicht wissen wollen. Die einzige Frage, die sie daraufhin antwortete, war, aber das One Piece ist jetzt nicht so etwas, wie das Wachstum, das dein Herz durchgemacht hat, oder damit meint sie, ob die Reise selbst, das Abenteuer, die große Belohnung, das One Piece ist. Und Oda musste lachen und sagte, nein, nein, er wird keine Zauberer von Ossache abziehen. Nach einem solchen großen Abenteuer, wenn man das erlebt hat, muss es natürlich fair zugehen und es wäre nicht fair, ihnen keine Belohnung zukommen zu lassen. Ich finde diese Aussagen sehr interessant, denn es sind bisher die einzigen Aussagen zum One Piece selbst, die wir erhalten haben von Echiro Oda. und es bestätigt zum einen, dass das One Piece etwas ist, was man anfassen kann, was man erhalten kann und natürlich, dass es eine Belohnung ist. Also man fühlt natürlich eine gewisse Bestätigung, wenn man das One Piece gefunden hat. Ich denke, diese Kernaussage ist extrem wichtig, wenn man Theorien über das One Piece macht. Dann gab es noch ein paar Informationen aus dem Magazin China Times, zum einen, dass Oda zu dieser Zeit erst um 8 Uhr morgens ins Bett geht und bereits um 12 Uhr mittags wieder aufsteht. Also nur 4 Stunden Schlaf und das soll sich in den kommenden Jahren sogar noch verschlimmern, dass er sogar nur noch 3 Stunden schläft. Dadurch gab es natürlich auch Probleme mit seiner Gesundheit, das hat sich aber mittlerweile gelegt und er hat einen, ja geregelteren Tagesablauf. Eine weitere Aussage aus diesem Magazin finde ich sogar noch interessanter und zwar er sagte, ich denke, ich kann im nächsten Jahrzehnt weiter zeichnen und wir werden nach und nach neue Nakama bekommen. Zur Erinnerung, wir befanden uns zu dieser Zeit etwa im Dressrosa Arc und bisher ist eigentlich nur fest in die Crew beigetreten Jinbei. Er spricht hier aber von mehreren Nakama. Es sind hier noch weitere Mitglieder, also feste Crewmitglieder eingeplant oder sprach halt von Charakteren wie Momonosuke, Kinemon, Yamato oder sogar Otama und natürlich Vivi, die als ausgetretenes Mitglied gilt. Eine große Frage, aber es macht natürlich Hoffnung darauf, dass wir noch weitere feste Crewmitglieder innerhalb der Story von One Piece bekommen werden. Im Jahre 2014 gab es auch eine One Piece Expo in Taiwan. Dort zu Gast war der Editor Onichi, also ein Editor von Oda und der sagte, dass Oda meinte, dass One Piece zu 60 bis 70 Prozent fertig ist und wahrscheinlich in 10 Jahren abgeschlossen sein würde. Wir befinden uns Stand jetzt, Aufnahme dieses Videos im Jahre 2024. Ich glaube nicht, dass One Piece in diesem Jahr enden wird. Dann kommen wir in das Jahr 2015 und wir beginnen mit der Jump Fester 2016, auch wenn die erst am Ende des Jahres kam. Dort wurde nämlich von Oda gesagt, für das Jahr 2016, die Geschichte von One Piece wird in diesem Jahr weiter an Fahrt aufnehmen. Von diesem Punkt an werden nur noch erstaunliche Dinge passieren. Also hoffe ich, dass du weiterlesen kannst. In diesem Jahr erschien auch das Jump Style Manga Curse für Sickle Magazine, wo Oda einige interessante Sachen gesagt hat. Zum Beispiel, dass er seine Zeichenfähigkeiten geübt hat, indem er sich Disney Zeichentrickfilme wie Peter Pan angesehen hat. Er fand Disneys Kunststil damals, als sie noch handgemachte Animationen produziert haben, fantastisch. Er hat sich die kleine Mängungfrau Bild für Bild angesehen und hat alle Gesichtsausdrücke, die er beeindruckend fand, nachgezeichnet. Ursprünglich hatte Oda nicht vor, die Vergangenheit von Senior Pink zu zeichnen. Der Redakteur war aber so gerührt, als er bei einem Treffen mit Oda den Hintergrund von Senior Pink hörte. Also hat ihn Oda dennoch gezeichnet. Seine Vergangenheit ist jetzt beim Publikum sehr beliebt. Bevor Oda mit One Piece anfangen, hat ihm der Redakteur Koshima gesagt, dass seine weiblichen Figuren einfach nicht süß aussehen. Oda war so geschockt, dass er diese ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und Oda macht wirklich sehr selten Urlaub. Aber er trifft sich oft mit seinen Freunden und seinem Manga-Senseis, wenn die Weekly Jump Doppelausgaben hat und demnach natürlich eine Weekly-Jonen-Jump-Pause entsteht. Im Jahr 2016 gab es ein schlimmes Erdbeben in Kumamoto, also eigentlich in ganz Kyoshu, und da Oda dort aufgewachsen ist, hat er sich natürlich zu Wort gemeldet. Er sagte, es gab ein großes Erdbeben in Kumamoto. Ich bin in Kumamoto geboren und aufgewachsen. Ich möchte allen, die von der Katastrophe betroffen sind, mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. Ich konnte alle meine Verwandten und Freunde direkt kontaktieren. Alle waren sehr verängstigt, aber sie tun ihr Bestes. Als ich sie kontaktiere, waren sie diejenigen, die versucht haben, mir Dinge zu sagen, um mich zu beruhigen. Und ich dachte, wow, die sind aber hart im Nehmen. Aber die Menschen können nur eine bestimmte Zeit durchhalten, bevor sie zusammenbrechen. Möchte ich dafür sorgen, dass sie sich in einer Situation befinden, in die sie sich entspannen und sicher fühlen können. Die Erwachsenen versuchen verzweifelt, die Kinder ruhig zu halten. Ich möchte, dass die Kinder wieder lachen können. Und dann können die Erwachsenen auch weitermachen. Es fällt mir immer noch schwer, den Menschen in Kumamoto zu helfen, aber ich werde auf jeden Fall bei den Wiederherstellungsarbeiten mithelfen. Bitte haltet bis dahin durch. Dann gab es ein Interview mit Oda im One Piece Newspaper und dort wurde er gefragt, vor vier Jahren sagten sie, ich sagte schon seit zwei Jahren, dass wir die Hälfte der Zeit erreicht haben. Jetzt sind wir bei 60%. Wie sieht es inzwischen aus? Oda antwortet darauf, ich würde sagen etwa bei 65%. Ich brauche den Mut, die Ideen, die ich mir ausdenke, weiterzuentwickeln. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, zwischen meiner verbleibenden Lebensspanne und dem Ende der Serie. Nehmt das nicht so ernst Oda hat hier gelacht. Ich werde nicht in der Lage sein, nach One Piece eine weitere lange Serie zu machen. Und später korrigierte er sich von 65% noch auf 70%. Dann am Ende von 2016 fand natürlich die Jump Festa 2017 statt. Und das war die letzte Jump Festa, wo Echero Oda persönlich aufgetaucht ist. Er sagte nämlich damals, die Superbühne der Jump Festa macht jedes Jahr wirklich Spaß. Aber ich habe beschlossen, dass mein diesjähriger Auftritt auch mein letzter sein wird und meine Ästhetik als Mangaka willen. Ich danke euch. Allgemein hat sich Oda nach dieser Jump Festa ziemlich rar gemacht. Er hat sich auch kaum noch in der Öffentlichkeit gezeigt. Weshalb natürlich auch die Interviews eher weniger wurden. Und wenn es mal ein Interview gab, gab es tatsächlich nicht so wirklich interessante Aussagen. Aber es gab natürlich noch die offenen Briefe auf den Jump Festas. Und damit gehen wir auch in das Jahr 2017 zur Jump Festa 2018. Und die Aussagen dort dürften einigen noch gut in Erinnerung geblieben sein. Er sagte folgendes, Ich werde eine der Legenden vorstellen, die in der One Piece Welt lauern. Kurzer Einwurf von mir. Das könnte eventuell Roxy Sebek oder Imu selbst sein, denn beide Charaktere wurden im Folgejahr im Reverie Arc vorgestellt und können tatsächlich als Legenden betitelt werden. Die nächste Aussage richtete sich nach dem größten Feind aller Zeiten für die Strohhutbande, der ihnen den Weg versperren wird. Hier könnte es sich eventuell um Kaido handeln, auch wenn da natürlich viele Leute anderer Meinung sind. Da es sich aber mittlerweile erledigt hatte mit dieser Aussage, können wir stark davon ausgehen, dass er damit Kaido gemeint hat. Es gibt auch noch eine weitere Aussage, die sich eventuell auf diesen größten Feind beziehen könnte. Er sagte nämlich, Vielleicht wird es etwas sein, das mit Whitebeard zu tun hat. Ich denke aber eher aus dem Kontext gegriffen, dass es sich hier um eine weitere Aussage handelt, dass es etwas mit Whitebeard zu tun haben könnte, was in diesem Jahr passiert. Eventuell mit Edward Weevil. Dann sagt er oder am Ende noch, Ups, ich bin wohl zu gesprächig, aber kannst du dir vorstellen, dass der Gipfelkrieg von Marineford im Vergleich dazu niedlich aussehen wird. Und damit meinte er nicht den Krieg auf Wano Kuni oder den Wano Kuni Arc, wobei das einmal dahingestellt, sondern halt tatsächlich das kommende One Piece Jahr. Im Jahre 2018 auf der Jump Fester 2019 enthüllte Oda in seinem Brief, der Kern der großen Geschichte wird sich allmählich auf das Leben von Kozuki Oden konzentrieren in Wano Kuni. Auch das haben wir im Folgejahr dann natürlich gesehen. Des Weiteren hat er eine Aussage getroffen zur Reverie und dass dort ein unerwarteter Vorfall passieren wird. Auch das haben wir im Grunde gesehen und erst vor kurzem haben wir ja einen Flashback zum Reverie Arc bekommen, was da noch hinter verschlossenen Türen mit Sabo, Imsama, den Gorosei und Nefeltari, die Cobra passiert ist. Dann im Jahre 2019 auf der Jump Fester 2020 sagte Oda, auch der Wano Kuni Bogen steuert endlich auf seinen Höhepunkt zu. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut, Wano Kuni zu zeichnen. Ich bin also ganz aufgeregt. Und dann eine Voraussage für das kommende Jahr von One Piece. und wenn es soweit ist, wird es sehr düster werden. Sabo wird Punkt, 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 Vivi wird Punkt, 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 Hancock wird Punkt, Punkt, Punkt und am Ende hat Oda geschrien. Ah, aber wir wissen natürlich mittlerweile, was mit diesen drei Charakteren passiert ist. Also alles in Ordnung. Im Jahre 2020 auf der Jump Fester 2021 sagte Oda nur, er fragt sich, ob er bald seinen Zug machen wird. Der rothaarige Mann. Ja, eine Aussage, die uns sehr aufgeregt hat, aber wir sollten die uns im Hinterkopf behalten für die kommenden Aussagen, denn es scheint jetzt hier immer mehr um Shanks zu gehen und klar hatten wir etwas mehr gehofft, als nur, dass er am Ende von Wano Kuniak auftaucht und am Ende war es vielleicht auch nur große Bromo für den One Piece Film Red, aber am Ende kann man sagen Oda hat jetzt hier auch nicht unbedingt gelogen. Wir haben einfach nur zu viel erwartet. Im Jahr 2021 auf der Jump Fester 2022 sagte Oda, er ist überrascht, dass der Wano Kuni-Arc immer noch nicht vorbei ist. Wie auch immer, Ruffy, kümmere dich bitte um die Hauptfigur. Ich hoffe, ich kann sie gut zeichnen. Außerdem möchte er unbedingt die letzte Szene im Wano Kuni-Arc zeichnen. Rückblickend könnte man eventuell meinen, dass Oda durch diese Aussage bereits die Gear 5-Form von Ruffy, also Nika angeteast hat und diese möglichst gut zeichnen möchte. Im Jahre 2022 auf der Jump Fester 2023 sagte Oda folgendes, überraschenderweise werden diese Figur und diese Figur im Jahr 2023 kämpfen und er hofft, dass niemand dabei stirbt. Des Weiteren kündigte er eine große Battle Royale an und tatsächlich haben wir ja solche Ereignisse bekommen. Zum Beispiel der Kampf Cusan gegen Garp. Wir fragen uns immer noch, wie ist der am Ende ausgegangen? Hat Garp überlebt? Der Kampf Shanks gegen Kit. Hat Kit die ganze Sache überlebt? Und dann natürlich das Zusammentreffen zwischen Blackbeard und Lore und wir können zumindest hiervon ausgehen, dass Lore das Ganze überlebt hat. Aber was ist mit den anderen Charakteren? Wann wird Oda uns enthüllen, ob diese überlebt haben oder doch an diesem Punkt gestorben sind? Und abschließend im Jahre 2023 auf der Jump Fester 2024 verkündete Oda und zu guter Letzt könnte das lang erwartete Aufeinandertreffen zwischen dieser Person und dieser anderen Person einen unerwarteten Ausgang nehmen. Hier wird nicht von einem Kampf gesprochen in erster Linie, wobei es natürlich auch zu einem Kampf kommen könnte. Aber was ist genau mit dieser Aussage gemeint? Mittlerweile haben wir ja die offizielle Übersetzung dieser Aussage und nicht diese Leaks, die wir damals zur Jump Fester 2024 bekommen haben, wo es noch irgendwie mehr in Richtung eines Kampfes ging. Und mittlerweile sind ja auch einige Kapitel in diesem Jahr erschienen. Vielleicht ist ja dieses Ereignis, was Oda damals angekündigt hat, bereits geschehen. Vielleicht ein lang erwartetes Aufeinandertreffen von Karibu und den Blackbeard-Piraten oder vielleicht passiert auch in diesem Jahr noch etwas. Vielleicht auch das lang erwartete Aufeinandertreffen von Shanks und Blackbeard. Denn ich denke, dieses Ereignis, auf das freuen wir uns schon seit Jahrzehnten. Das waren erst einmal alle Interviews bis zum Jahre 2024, die ich für relevant und wichtig und interessant gehalten habe. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat und wenn dem der Fall sein sollte, dann werft doch gerne einen Blick in die älteren Folgen dieses Formats, um wirklich herauszufinden, was Oda tatsächlich gesagt hat. Denn das könnte sehr hilfreich sein für viele Theorien und für ein Verständnis rund um Edgero Oda selbst. Wenn es euch wirklich gefallen hat, dann lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal für mehr One-Piece-Interviews von Oda und natürlich viel weiteren One-Piece-Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für ihr Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme und tolle Zeit. Ich sage Ade!